Das ist Kunst, tausiger Art an Geld zu kommen. Armes Schwein, das ist nichts wert, oder? Im Leben. Ich glaube, ich habe das Ding hier im Haus meiner Oma gesehen. Und du war keine Fürstin. Ja. Ich glaube, kurz bei Hahn. Sind das überhaupt meine Leute? Doch, eher schon, oder? Okay, das sind Feinde. Wollte ich nur sicher gehen. Hihihi, er ist tot. Ja, ja, bisschen Action muss auch sein. Hahahaha. Alter. Ich, Alter. Alter. Huch. Was habe ich genommen? ja leck mich doch das ist ja das spiel ist ja der absolut brutal bei einer scheiß oder sehr gut Okay. Nimm das, ihr Viecher! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Sorry, wie gesagt... Scheiße, falscher Knopf. Naja, wenigstens bekomme ich Gold. Vor allem. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr toll. Entschuldigung. Sehr gut. Alter, wie viele Sachen hier da gibt es? Sehr viele Sachen. Ein Wasch weg. Okay. Okay. Okay, da haben wir. Okay. Okay. Schlüssel... Schlüssel zur Wohnung des Kunsthändlers. Okay, ich glaube, der ist bestimmt zu Alwainer geworden. Ich gehe mal auf... äh, ganz nach oben. ... ... Also... ... ... ... Da ist Ganz schön interessant das alles hier Ok das ist wahrscheinlich der Dressort Code Ich probiere ein paar Zahlenkombinationen Ah ok schade Mir wäre schön selber Den Code Die Neueröffnung Aha Ich weiß das Aha Ok Katze Inkombination Schade Das kann ich hier immer noch nehmen Gut Knochenartefakte Das kannst du hier auch gerne lesen Tja Deinmal Is stirb So Ok Ist nichts Schade Ich probier ein paar Zoll-Kombinationen aus. Ich glaub, so Raten geht es wahrscheinlich nicht, oder? Ich probier, wie gesagt, nur ein paar Sachen aus. Ja, okay, schade. Wäre witzig, wenn es geklappt hätte. Aha. Begräten ist ohne. Oh. Ups. Ja, okay. Was haben wir denn? Ist da gar nichts. Oh, wie süß. Was haben wir denn da? Die Zahl des Glücks. Rascher Öl auf Bluthochsenhaut. Aha. Was ist das? Was ist das? Aha. Alter, ist das... Was hat das so bedeuten, bitte? You outsider works awesome, oder? Amok, ah, okay. Alter. Alter, das ist der Terbst brutal, das. Ist das sonst gar nichts? Moment. Öl auf Leinwand. Öl auf Leinwand. Alter, verarscht's mich nicht, Spiele. Hab ich da nichts eigentlich an Leinwand gehört? Okay, schau. Okay, wollte nur sicher gehen. Okay, da kann ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Okay, da ist nichts. Könnte wahrscheinlich sein, dass es irgendwo in der Ecke versteckt ist. Okay, da oben ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Na, schade. Moment. Achso, da war ich schon, okay. Okay, dann gehen wir wieder. Ach, schade, schade, schade. Schade, 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 so. Ich mach's generell noch da lang. Weiner. Alter, die tun mir leid. So. Kurz Teleport machen. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam in angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber...